Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest Arcane Herangehensweise anzunehmen bei Matronenmutter Malicia in die Täufer Samar auf der Ebene Kommandozentrale Oberes Stockwerk an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Ich nehme die Quest gleich mal an und darf mich nun nach Talavan begeben. Das mache ich durch dieses Illidavitov hier. Nun darf ich mich zu dieser Position begeben, die violette Zitadelle. Hier ist der Eingang. Und hier ist der Erzmagier, den ich aufsuchen soll. Die Quest ist dann abzugeben bei Erzmagier Landalock in Talavan an dieser Position, hier sieht man noch die Koordinaten. Habt ihr meinen Weg verfolgt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ciao!